Hallo und willkommen zurück zu Uncharted 4, A Thief's End und wir sind bei Part 10 und ich habe ja eine Waffe, fällt mir gerade wieder ein. Habe ich schon wieder voll vergessen? Was macht er denn? Ich habe ihn jetzt in seinen Allerwertesten geschossen. Ja, sehr erfreut, Schorlein. Sie haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Deshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo ist das die Nadel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Hm. Ich wollte nur nachnehmen. Sollte ich von hier aus hingehen? Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ich habe es zwar immer von der anderen Seite gemacht, aber hey. Also das eine Mal, wo ich es aufgenommen habe, bin ich von der anderen Seite hergekommen, glaube ich. Aber hey. Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Die größte natürlich beim Friedhof. Tja. Zentral gelegen. Mehr Schorleinausrüstung. Wenigstens keine Schorleiner. Hm. Noch nicht. Ich muss hier schön den Überblick... Den Überblick behalten. Hm. Hm. Wie öffnen wir diese Tür? Kann ich das aufblechen? Mit dem Ding? Das wäre cool. Nee. Schade. Hm. Ich dachte, ich bin direkt davor. Mensch. Jetzt aber. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich machen muss. Ich spring jetzt einfach mal... Ist das sein Ernst? Wie kann er jetzt sterben? Der kann sich doch abrollen. Was ist das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Wahnsinn. Das ist natürlich beim Friedhof. Tja. Zentral gelegen. Mehr Schorleinausrüstung. Wenigstens keine Schorleiner. Da wollen wir retten. Uh. Yep. Dynamit. Hey. Sehr vorsichtig damit. Ja? R1 holten. Toll. Hey. Die Tür ist offen. Das war... Laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Da ist bestimmt irgendwo was versteckt. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Ja. Ist hier nichts versteckt? Das kann doch nicht sein. Unfassbar. Ich bin schockiert. Jetzt müssen wir dahin, wo ich vorher war. Und natürlich muss ich die Tür aufspringen. Und natürlich hört das natürlich dann wer. Ich gehe mal davon aus, dass ich das jetzt... ...vorschieben muss. Oder? Wir werden es sehen. ... Komm nur jetzt her zu mir. Komm. Komm hier. Komm hier. Keine Ahnung. Oh krass. Da hab ich ja noch mal Glück gehabt. Oh krass. Oh krass. Oh krass. Hier ist nichts. Aber hier? Megatisch. Vielleicht geht's ja hier lang. Sicher doch. Cool. Das ist doch alles. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ist total schief gelaufen. Das ist doch mies, oder? Jetzt erlege ich sie alle, jeden einzelnen von ihnen, eiskalt. Sind jetzt die anderen schon weg, die ich schon zerstört hab' oder nicht? Ich denke mal nicht. Vielleicht doch. Ha ha. Wunderbar. Warte. Warte, einen kleinen Moment. Nein, 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 nein. Und schon bin ich wieder da. Ich hab noch nichts. Was gefunden? Hier ist er auch nichts. Such da drüben, ich über den Wieselkreis. Zeit vor, ich bin nie. Was macht ihr da oben? Hm. Komm da runter. Was war? Ja, hier ist alles over. Toll. Toll. Das war doch mal ein Kick. War das nicht schlecht oder war das nicht schlecht? Ist ja doch super, oder? Da hinten müsste... Irgendwo müsste da noch einer rumlaufen. Den sehe ich aber momentan nicht. Der andere ist ja da oben. Ah, da haben wir ihn. Und er kommt direkt zu mir. Das ist doch schön. Praktisch. Was hat er jetzt davon? Und jetzt kann ich das. Und dann kann ich das. Und dann müssen wir das. Und dann kann ich das. Den wollte ich eigentlich jetzt genauso erledigen, geht aber leider nicht. Oh, da kommen noch welche. Oh, das sind aber einige jetzt. Das ist ja gemein. Das zieht sich schon sehr lange, wenn man versucht, das leise zu machen, aber man erspart sich einiges an Ärger und Stress, wenn man es so macht. Toll. Ich muss mir nur gerade kurz empfehlen. Okay, da hinten ist immer ein sicherer Platz. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal kurz hier hinten. Huh, nochmal Glück gehabt. Und ich gehe mal so weit von meinem Mikrofon weg. Tut mir leid. Du hast sowas von Glück gehabt jetzt. Ist jetzt hier irgendwo noch ein Gegner oder nicht? Naja, wenn er so... Gut. Wir haben es geschafft. Yay! Hallo? Ey. Darf ich mal... Jetzt geht's. Überall hänge ich fest. Natürlich. Natürlich. Hä? Was hat er denn jetzt für ein Problem? Geht doch. Wahnsinn. Haben wir hier irgendwo ein Schätzchen? Die hören ja Dynamit. Okay. Ist da irgendwo noch ein Schatz? Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das kann doch nicht sein. Oh, das war knapp. Nochmal Glück gehabt. Ich benutze den Haken. Halt, stopp. Ich möchte aber vorher kurz mal da hochgehen. Weil das finde ich schon verdächtig, dass man da hingehen kann. Ich komme aber nicht hin. Das ist ja komisch. Okay. Aber so komme ich jetzt hin, oder? Deswegen ist es doch... Okay. Meinst du, du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Haha. Schön, dann lass mal sehen. So. Siehst du? Ziemlich tollpatschig. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ups. Da bin ich ja vorher hergekommen. Aber da waren wir noch nicht oben, deswegen... Passt das ganz gut? Ja, die Leiter da. Ich komme nicht dran. Okay, warte. Ich komme rüber. Das hat er jetzt vor. Okay. Hilf mir hoch. Tada! Tadah! Tadah! Ich hoffe mal, wir müssen da lang. Oha! Der braucht nix mehr. Sehr gut. Ich weiß jetzt, am Anfang zieht es sich ein bisschen. Es wird besser, ich verspreche es. Da oben ist einer. Zwei, drei. Aber ich muss hier auch nach den Schätzen suchen. Da hinten könnte was versteckt sein. Uh! Aber dafür habe ich nur 13 Schuss. Und hierfür 120. Ach, wie ärgerlich. Okay, die kann ich so nicht austauschen. Gut, dann nehme ich jetzt erstmal die. Und wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Wir haben ja noch Dynamit. Da werde ich es ordentlich knallen lassen. Das seht ihr aber erst im nächsten Part. Ich denke, ich mache jetzt kurz einen Cut. Und jetzt, wir haben die Ahnung, die machen. Die Anhörung nach, oder? Sie haben ja auch gestern. Genau. Aber ich weiß nicht. Wie wäre es mir? 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 Warum? Wie wäre es mir? Oh! Genau, deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen kleinen Cut. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es so ist, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir ein Like. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Part, macht's gut!